Mein Name ist Max Piexer, ich bin 15 Jahre alt, meine Position ist Torspieler. Meine bisherigen Vereine waren der TSV Weilheim und der VfB Reichenbach. Meine persönlichen Ziele sind, mich immer weiterzuentwickeln und immer alles zu geben und meine Ziele mit der Mannschaft diese Saison unter die Top 3 zu landen.